Hallo ihr fantastischen Leute! Willkommen zum RetroCon Bonn Börsen Video vom Retropanda. Ja, es geht gleich nach dem Intro los. Ein paar Eindrücke von der wunderbaren Börse und natürlich auch die Pickups. Es geht los nach dem Intro. Bis gleich! Hallo ihr fantastische Menschen da draußen. Auch von mir auch hallo. Mein neuer Kollege hat ja schon die Einleitung übernommen. Ja, ich bin gerade von der RetroCon in Bonn gekommen. Ja, es war wieder eine fantastische Veranstaltung. Das war ja bisher meine RetroCon, also von diesem Veranstalter. Die andere waren wissen, die war schon super. Die in Bonn hat mir auch sehr, sehr gefallen. Die Location war super und ich finde auch mal die Organisation super, dass es auch so ein Rahmenprogramm gibt und so weiter. Aber bevor ich es vergesse an erster Stelle natürlich danke an denen, die mich angesprochen haben und dass wir mal so ein paar Worte gewechselt haben. Hat mir viel Spaß gemacht sich mit euch einfach mal zu unterhalten und so ein bisschen ausgetauscht. Ich musste ganz schmunzeln, dass Leute wegen mir Gameboy sammeln angefangen haben oder nicht nur wegen mir natürlich, aber ihr wisst schon was ich meine. So grundsätzlich, dass ich so ein bisschen vielleicht so den Push dazugegeben habe. Fand ich super. An dieser Stelle Grüße an euch. Ihr wisst wen ich meine auf jeden Fall, weil wir haben uns ja unterhalten. Und wenn ihr mich mal auf einer Börse seht, also ich nenne diese Veranstaltung jetzt immer alle Börse, auch wenn es natürlich verschiedene Veranstalter sind, aber für mich ist das immer irgendwie eine Börse auf jeden Fall. Keine Ahnung wieso, das hat sich bei mir irgendwie so eingebrannt. Einfach mal anlabern. Ich freue mich immer, wenn wir so ein paar Worte einfach wechseln können. Ist super auf jeden Fall. Und an dieser Stelle natürlich vielen Dank an meine Mit-YouTuber. Wir waren ja so ein bisschen zusammen unterwegs. Wir haben ja schon mittlerweile so eine Art festes Team gebildet. Also der Retrojo, Maren kann nix und der gute Kuruji natürlich. Der Chris, der Mieträume war diesmal leider nicht dabei. Auch an dieser Stelle viele Grüße an dich auf jeden Fall. Ja, war natürlich wieder fantastisch mit euch loszuziehen und einfach mal so ein bisschen die Börse unsicher zu machen. War sehr, sehr geil. Und ja, ich war sogar auf der Bühne, war ich ganz überrascht. Da gab es nämlich eine Versteigerung von einer super Yoshis Island Shadow Box von einer guten Flo. Die hat die gebastelt und gespendet. Auch an dieser Stelle super Aktion von dir. Vielen Dank dafür. Und das wurde für guten Zweck da versteigert. Und da habe ich dir mal ein bisschen mit die Werbetrommel gerührt, obwohl da stand eigentlich eher ein bisschen blöd daneben. Aber ich habe mein Bestes versucht. Die da waren, die haben es wahrscheinlich gesehen. Ja, wie gesagt, es war ein wunderschöner Tag, aber ich würde sagen, ich habe jetzt genug gelabert. Ich zeige euch jetzt erst mal ein paar Impressionen von der Börse und dann kommen wir gleich natürlich zu meinen Pickups, weil ein bisschen was gekauft habe ich auch, weil man kann ja nicht zu einer Veranstaltung hingehen und mit leeren Händen wiederkommen. Aber an dieser Stelle noch einmal vielen, vielen Dank an die Veranstalter. Die haben uns noch ein bisschen früher reingelassen, dass wir schon ein bisschen was drehen konnten und so weiter. Das war super, super. Ist natürlich immer ein bisschen besser, wenn man das drehen kann, wenn noch nicht so viel los ist. Wie gesagt, vielen Dank an dieser Stelle und jetzt viel Spaß bei den Impressionen. Bis zum nächsten Mal. 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 Boah. Bis zum nächsten Mal. 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 Zeugnisse sehe ich gerade. So, dann kommen wir mal zu den Spielen. Und zwar habe ich geholt, beziehungsweise im Tausch mit der guten Maren, ActRacer 2. Ja, ActRacer ist ja eins dieser ersten, dieser Spiele, die ganz am Anfang vom Super Nintendo, dem Zyklus erschienen sind und ein bisschen viel verstanden waren. Früher hat man dieses Konzept noch nicht ganz verstanden, aber heute eigentlich einen ganz guten Ruf hat. Diese Mischung aus quasi Basis oder Stadtbau plus den 2D-Action-Szenen. Das kam natürlich sehr gut an. Ja, der zweite Teil, ich sehe es an den Aufnahmen, ich habe ein bisschen reingespielt, ich habe erstmal so gar nichts gerafft irgendwie, aber es soll auf jeden Fall wesentlich mehr Fokus auf diesen 2D-Action-Plattformer teilmachen auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, schaue einfach mal rein, wenn ich mal Zeit habe und weiß, wie ich da irgendwie weiterkomme, dann mache ich sicherlich ein Video dazu auf jeden Fall. So, dann habe ich mir noch ein Game Gear Spiel geholt und zwar genau eins. Und zwar, ihr seht, ich habe hier meine Sammlung oben etwas mit anderen Ständern versorgt, dass das etwas besser ist. Und hier genau passt nämlich noch eins rein. Und deswegen habe ich mir erstmal nur eins geholt und zwar Factory Panic. Ja, da gibt es gefühlt dutzende Versionen von. Ich glaube, da gibt es auch so ganz coole Versionen mit irgendwie Kommunismus oder irgendwie so. Ich habe irgendwas im Hinterkopf irgendwo mal gesehen, keine Ahnung, welche Version das ist oder ob ich das falsch im Kopf habe. Das ist so, dass ihr quasi in einer Fabrik seid mit verschiedenen Laufbändern, wo ihr verschiedene Weichen habt, die ihr stellen müsst. Und es gibt quasi einen Anfang, wo irgendwelche Produkte oder schlechte Produkte dieses Laufband entlangfahren und quasi ein Ende, wo die richtigen Produkte ankommen sollen. Und ihr müsst halt die Weichen immer so entsprechend stellen, dass das entsprechende halt auch dahin fließt. Könnt ihr natürlich nicht ganz ungestört machen, weil ihr in der Wache rumläuft und so weiter. Finde ich ein nettes, kleines Spiel. Wäre ich bestimmt auch mal ein Video dazu machen, wobei Factory Panic, glaube ich, für wirklich dutzende Systeme umgesetzt wurde auf jeden Fall. Ja, und dann habe ich mir noch drei Gameboy-Spiele geholt. Fangen wir an mit Maru's Mission. Ähm, als ich das Spiel gesehen habe, fiel mir irgendwie ein. Den Namen hast du schon mal gehört. Den Namen hast du schon mal gehört. Und, ähm, ich habe irgendwo gehört, dass das so ein bisschen als Hidden Gem gehandelt wird. Also durchaus, ähm, als gutes Spiel. Das war, hat mich natürlich neugierig gemacht. Wobei, wenn ihr seht, das Cover ist natürlich selten hässlich. Also wenn man das so sieht, ah, als ob das irgendwie so ein Dreijähriger gezeichnet hätte oder ähnliches. Finde ich aber interessant, auch beim Reinspielen. Ihr seht es an den Szenen. Macht einen interessanten Eindruck auf jeden Fall. Also wenn ich denke mal, früher oder später auch mal eine Was-Taug-Folge zu machen, macht sehr, sehr guten Eindruck. Was keinen guten Eindruck gemacht hat und wahrscheinlich eher ein Kandidat für Retro-Panda quäzig ist. Aber, als ihr Titel gesehen habe, ich fand ihn einfach so schön trashig. Robocop vs. Terminator. Also wenn das nicht pure 80er, 90er Action-Film-Power ist quasi. Ja, ähm, ihr seht es wahrscheinlich selber fest bei diesen Minute oder was das ist anspielen. Ich habe absolut keinen Spaß gemacht. Das Spiel steuert sich schrecklich. Aber naja, ehrlich gesagt, sowas in der Art habe ich auch erwartet. Also davon mal ganz abgesehen. Was allerdings nicht so verkehrt ist, ist Sneaky Snakes. Das habe ich mal beim guten Waldemar, glaube ich, also Weidemann, gesehen. Und zwar ist das ein Spiel von Rare. Und ihr kennt vielleicht auf dem NES dieses Snake, Rattle & Roll. Das ist so isometrisch. Ihr habt eine verschiedene Schlange. Ihr müsst quasi wachsen, um zum Levelausgang, auf eine Waage entsprechend den Ausgang zu öffnen und so weiter. Und dieses Konzept haben sie quasi für den Game Boy etwas abgeändert. Und zwar haben sie da ein Plattformer draus gemacht. Das Ziel ist im Prinzip dasselbe. Also, dass ihr euch großfresst quasi, damit ihr dann den Eingang öffnen könnt. Aber halt als 2D-Plattformer. Fand ich ganz interessant, die Idee. Und irgendwie fasziniert mich dieser Snake, Snake, Rattle & Roll. Boah, was für ein Zubrecher, Freunde. Habe mich das immer ein bisschen fasziniert, weil ich früher immer die Werbeanzeigen für das NES-Spiel gesehen habe und so weiter. Deswegen habe ich mich ganz gefreut, dass ich das mal für meine Sammlung gefunden habe. Wie üblich habe ich natürlich nicht die Spiele gefunden, die ich eigentlich gesucht habe. Ich habe euch ja mit dem ich mich unterhalten habe, mein Leid geklagt. Ich wollte eigentlich Tayspin haben. Also hier Captain Baloo das Spiel. Ich habe das schon in Düsseldorf gesucht. Aber so selten ist das doch gar nicht. Aber wie es halt bei diesen Börsen natürlich logischerweise so ist. Man geht immer mit einer gewissen Erwartung hin. Ich will Spiel XY haben. Und was findet man genau? Nämlich nicht das aber erhalten. Sowas wie den Kotze Mario. Hey! Das waren meine Börsen-Pick-Ups. Aber ich hatte natürlich auch noch andere Pick-Ups. Und zwar fängt die Reise an. Vorbestellt natürlich. Die meisten von euch haben es auch logischerweise. Die Secret of Mana Collection für die Switch. Wollte ich natürlich physisch haben. Deswegen habe ich gewartet. Allerdings, wie ihr seht, ist es noch eingepackt. Keine Zeit gehabt zum Spielen. Aber irgendwann wird es mal rausgeholt, würde ich sagen. Meine Neugier auf Secret of Mana 2 ist ja auch nicht so hoch. Weil ich habe ja schon mal ein Let's Play davon gehabt. Weil ich ja ein deutsch gepatchtes SNES-Modul habe. Als Repo. Deswegen war es jetzt nicht so vorwiegend, oh, ich will jetzt unbedingt mal Secret of Mana 2 erleben. Aber, ja, wird auf jeden Fall mal in einer ruhigen Minute mal angespielt. Was ich euch jetzt nur kurz in die Kamera halte. Ihr habt ja frei letzten Freitag das Unboxing gesehen. Ja, Leaks Awakening für die Switch. Ich habe jetzt natürlich so ein bisschen weiter reingespielt. Ich muss mal kurz das zur Seite packen. Ich bin jetzt beim dritten Dungeon. Ich habe leider bisher nicht viel Zeit gehabt zu spielen. Ich musste letzten Samstag arbeiten. Dann war jetzt die Börse und so weiter. Aber ich habe jetzt Urlaub. Da werde ich, denke ich mal, das Spiel auf jeden Fall durchzocken. Ist ja zum Glück nicht allzu lang. Ersteindruck, knuffig, schön, super, perfekt. Ich finde es herrlich. Schönes und würdiges Remake. Es gibt natürlich hier noch ein bisschen Performance-Probleme. Das ist nicht ideal. Aber zumindest bisher hat es jetzt den Spielspaß nicht großartig eingeschränkt. Also, falls ihr euch überlegt, ob ihr das Spiel euch holen sollt. Meinen Segen habt ihr. Nicht, dass ihr den brauchen würdet. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja, und dann habe ich noch auf Twitter ein kleines PC-Big-Box-Schnäppchen gemacht. Und zwar vier Spiele für einen Preis von 15 Euro. Da kann ich nicht Nein sagen. Die sind natürlich teilweise nicht so super erhalten. Aber einmal Half-Life. Absoluter Klassiker. Aber das war jetzt nicht so meine Sache, wo ich gesagt habe, genau deswegen will ich das jetzt haben. Bei Half-Life habe ich, glaube ich, irgendwo vor Urzeiten als normale Jewel-Case-Version. Das ist ja jetzt auch nicht die historische Half-Life-Version. Das ist ja irgendein Remake, wo auch Counter-Strike, glaube ich, dabei ist. Aber bei einem Paket dabei, wo ich mich schon eher drüber gefreut habe, ist Theme Park World. Ja, da weiß ich noch, wie ich damals das Spiel sehr gerne gespielt habe. Theme Park 1 habe ich sehr, sehr ausdauernd gespielt. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Also, kurze Erklärung. Die meisten werden es von euch kennen. Ihr müsst halt einen Freizeitpark aufbauen. Und hier war das wirklich so das erste große Feature, dass es in 3D war. Und man konnte sich in die Attraktion reinsetzen und mitfahren. War natürlich Sichtweite gleich Null und so weiter. Aber man konnte es machen. Also nicht verkehrt. Dann war noch in dem Paket drin, Kate's Greatest Hits von Midway. Also so ein paar gute Programme. Alte Klassiker. Ihr seht es als sowas wie Burger Time, Tepper, Spy Hunter, Joust und so weiter. Ich meine, so eine Kollektion von so Klassikern schadet nie, würde ich sagen. Und der eigentliche Hauptgrund, warum ich mir dieses Paket geholt habe, ist Command & Conquer Tiberium Sun. Weil von dem Spiel, da habe ich so eine persönliche Rechnung offen. Weil das ist so das erste Spiel, wo ich mich daran erinnern kann, dass ich durch einen extremen Hype enorm gestört, nee, also enttäuscht, Gott, Entschuldigung, langer Tag, deswegen die Versprecher, enttäuscht war, weil das war ein großer Hype-Train am Laufen. Und ich bin extra in die Großstadt nebenan gefahren, habe mir die Version geholt und habe mir sogar so eine Tiberium Sun Armbanduhr besorgt und war voll gehypt. Ja, und dann spielte man das irgendwie und so geil, wie versprochen war es, dann irgendwie doch nicht. Und ja, deswegen ist es so ein bisschen als eine meiner großen Enttäuschungen der Spielegeschichte, so hat sich das eingebrannt. Und deswegen muss das in die Sammlung, auf jeden Fall das Regal. Und alle vier Spiele für 15 Euro ist ein sehr fairer Kurs, würde ich sagen. Ja, und ich würde sagen, das war es dann auch schon mit meinen Pickups. Ich sehe gerade aber auch, das Video ist eh lang genug. Ja, an dieser Stelle mal ausnahmsweise an einem Montag, aber ich wollte mal relativ aktuell über die Börse in Bonn berichten oder die Retro-Con in Bonn. War wirklich eine super Veranstaltung, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wenn ihr das nächste Mal die Chance habt, auf so eine Retro-Con zu gehen, geht hin. Macht Spaß, man trifft viele Gleichgesinnte und es sind auch mal viele YouTuber unterwegs. Es macht einfach Spaß. Und man findet irgendwie immer was, auch wenn man das nicht so dran gedacht hat, wie zum Beispiel diese Püschtiere oder sowas. Herrlich. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Und vielleicht sehen wir uns auf einer der nächsten Börsen. Wo ich denn bin, ich kündige das vorher immer bei Twitter oder hier im neuen Community-Tab quasi an. Ja, hat mir jedenfalls wieder Spaß gemacht, euch meine Pickups und ein bisschen meine Eindrücke zu zeigen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal wann ihr das seht oder eine wunderschöne Woche. So, machen wir das so. Macht's gut und danke, dass ihr eingeschaltet habt. Tschö.